Natürlich lasse ich auch nebenbei noch die Aufnahme mitratzen. Ich meine, was wäre ich, wenn es nicht wäre? Ich hätte eigentlich gehofft, dass so irgendwie ein Nightmare kommt und dann so Soulcalibur 3 Aber Ich muss den Sound mal ein bisschen runterdrehen Das klingt besser Oh ja, warte mal, was war das jetzt? Ne, Chroniken ist schwer, zwar dieser Empires-Klon, der irgendwo total broken ist, weil du dich gegen Ende einfach nur noch megamäßig overleveln musst Nö, ich will einfach irgendwie in Arcade-Mode Nur mit weh Ja, mit Voldo, weißt du Der Typ, wo niemand weiß, wie man ihn zu spielen hat Bad fuckface Bei ihm hier mag ich ja eigentlich auch, ne? Ich meine Er ist, äh, he's a guy with a rocket launcher Wen nehmen wir denn mal? Ähm, ich hab ja früher mal ihn hier genommen Jan Siong, Jan Song Ich mochte ihn irgendwie Er sah irgendwie immer aus wie Tidus, nur mit falschen Haaren Der Lizardman, Lizardman ist auch was tolles Ich meine, er ist, ne, er ist ein Lizardman Es ist nichts weiter als eine Echse Ich glaub, ich nehm Lizardman Einfach Nennen sie mir ihren Vornamen, ihren Nachnamen, ihren Beruf Lizardman, Lizardman, Lizardman Oh ja, oh, das ist Magma Lizardman I like that shit Hm, ich weiß, das hat ja auch noch fucking Zusatzeffekte und alles Bleiben wir mal beim Standard Oh, Lizardman ist toll Lizardman ist so retarded, dass er toll ist Hier heißt er sogar schon Aeon So haben sie ihn später ja nur noch genannt in den Teilen Das weiß ich Deswegen war man immer verwirrt So nach dem Motto Ja, es ist NANI Oh shit Das last 1 Bit Heilt sich mit 1 Bit Hau dreist Sein Gott hat ihn verlassen Oh Gott, armer Lizardman Ein Lizardman hat echt Probleme Also Armer Lizardman Ja To be honest Mich interessiert Lizardman's story nicht unbedingt Es ist fucking Lizardman So He's a lizard He's a man He's a man on a mission Kunai Ah Das ist Versus ass So, wie war das? Ach stimmt Das war ja hier ein Dedicated Block Attack Du kriegst das shit out Oh, das ist so lange, als ich mir was zur Kalibu gespielt habe Ich habe sogar total vergessen, dass du X zum Blocken drücken musst Ach komm, immer in Richtung Süden Immer in den Süden Das ist einfach eine fucking Echse Oh, nicht du Nicht Captain Spam Vor allem, ich muss mich dran gewöhnen, dass hier das Wo ist Griff? Okay, du Spam Boon Du gehst Okay, jetzt ist gut Jetzt ist gut Ich habe es begriffen Ich bin es halt einfach gewohnt, dass du nach hinten drückst zum Blocken Ja Ich bin gut in Sir Kalibu, habe ich das mal gesagt Nein Ah, okay There we go Kaput Oh, zack I'm a man on a mission I'm a lizard on my mission Hat er einfach gewöhnt, Lizard kicked, ey Hey, he got knuspert He got knuspert real hard Oh, Cluck Tower Da, wo für jeden irgendwie dasselbe Quicktime Event ist He got knuspert hard Lizard Man is confused Lizard Man does not get it NANI That's a bit alright War es jetzt rechts oder links, wo man dodgen musste? I don't remember Ah, links oder rechts? Rechts Ja Oh, damn lizard dodges So sneaky Aha Nee, ich bin extra, was ist dein Problem? Sissel misses Ich muss mir echt abgewöhnt, nach hinten zu drücken zum Blocken This does not work Zack Zack Geht doch Ich hätte mir vielleicht vorher einmal seine Moves angucken sollen Das wird Nee, ist richtig drehdurch Du bist ne fucking Exit Chill mal Boah, wir verfolgen Sensen, Mann Sismen ist Sismen Ah, passt schon Secret Money Pit Ist aber weniger geheim hier, ist wenig Geld Oh, nicht Birdo Oh, du fucking weird fuck Alter Ja, ist okay Mach mal Ist okay Scheiße Hey, wait, get Nein Versus weirdo Oh, zack Sekunde Gib mir mal kurz die Befehlsliste Ich muss mal kurz was gucken Ein bisschen Ah, okay Trotzdem Das bringen mir leider gegen fucking weirdo nix So überhaupt nicht Weil der ist einfach überall Okay Lass dich einfach grabben Ist auch okay Lizardman mag sowas It's a lizard on a mission Das Ding ist eigentlich so badass, ne Das Ding ist so merkwürdig, aber so cool irgendwo zugleich It's a fucking lizard with a fucking axe Oh, mein Kaffee wird schon kalt Der war schnell Der war schnell kalt Oh, ha, 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 ha Ich glaube, hier muss ich gleich irgendwie blocken oder so, ne Ja I'm a lizard I have a mission You fucking twat Aha Magst du das mal sein lassen? Sehr schön Weißt du Ein Typ, der sich denkt Boah Ich werde mal in späteren Teilen zum Vampir Weißt du Ich bin ein Lizardman Also Runtergespotter Kick Das hat er nun davon That's what he get Das passiert, wenn du dich mit dem fucking Lizard anlegst This is what you get Oh scheiße, nicht Rock Nicht John O'Rock Joxon Das war eigentlich cool Und war praktisch Oh Au Der Kerl hat einen großen Hammer Fuck I kick you Was ist dein Problem? I'm a lizard I'm a lizard What is your profession? Oh god Lizard man I love this guy I love this guy Oh fuck it Wird schon stimmen Kaffee time Some goodlio Kaffee Soft challenge Ja ist richtig Chancen Frau mit Stock Au au Oh 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 Slam that thought Oh schade Die Rückblende Hätte ich gerne gesehen Alter I'm a lizard What do you think I do for my life? Just slam that woman into the ground Alter, das war ein krasser Griff Wer bist du? Ein Schwertmann Oh man A die Du bist nicht cool I swear to god I drop kick you Tschüss Lizard man denkst du einfach nur Geh in die Küche Und mach mir ein Sandwich Aber erstmal muss ich dich In den Boden drücken Ohne Scheiß Es gibt verdammt viele PS2 Spiele Wo verdammt gute Grafik haben Für die Verhältnisse So von daher Ich bin immer noch der Meinung DMC3 sieht super aus Auf der PS2 Oder Ja Eigentlich auch fast schon Jedes Final Fantasy Auf der PS2 I Suck Dem Uppercuts Das ist ein normaler Laufcycle. Oh nein. I'm a lizard in a cage. Oh no. Quicktime-Events, die merkwürdig sind. Oh nein. Oh shit. Nicht Siegfried. Nicht Zügel. I'm a lizard, man. Ey, Siegfried. Das Schwert ist mir egal. Ich will eigentlich nur meine Ruhe. Ich bin eine fucking Echse. Weiter. Damn range on that guy. Ja, das habe ich nur davon. This is what I get. Aua. Lizard Walk. Okay. Packt mich bei den Lizard Füßen und schmeißt mich. Ist auch okay. Nein. Ist schon Pizza-Movem. Ich habe bis eben gerade mal gefrühstückt. Stab this bitch. Goddammit. Nein. Das grabbed at me. Peter will not be amused about this shit. He does not like this shit. Oh, Siegfried. Siggy, Sig. Siggy, wir sind heute aber... Oh, heute sind wir aber echt krummelig. Also... Fuck. Alter. Das ist Siegfried. Da darfst du dich nicht wundern. Der rennt immer so rum. Der ist immer so merkwürdig. In späteren Teilen ist sein Schwert richtig weird. Aua. Ach, komm mal. Ganz mal aufhör mal eine Grabs zu countern, du Pisskop. Ich wollte ihn eigentlich Sparta kicken. Das hat auch funktioniert. Haha, Lizard wins. Lizard always wins. Der Kaffee besser ausdähen, bevor er kalt wird. Das ist eine Menge. Ich will nicht sterben. Then don't die. Lizard, man. Oh, Gott. Das Schlimme ist, ich weiß nicht mehr, ob ein Bit überhaupt nachher später bei mir angezeigt wird. Weil ich würde das gerne mal wissen, wie Twitch das berechnet eigentlich, to be honest. The world may never know. Blah, Lizard, blah. Ich hab doch gebl... Blah, I'm a lizard. I'm a lizard with a sword. Oh, this looks awesome. He's a total dick one, aber... Abyss ist ein Kackboon, das kann ich euch jetzt schon sagen. I got perfected. Basically. But I love Lizard, man. It's an awesome. Abyss ist ein Arschloch. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Typischer Endboss. Did he just... Duck under that? Wow. Wenigstens hab ich ihm mal Schaden zu machen können. Nee, das ist eigentlich nur... He's a... He's a boss. Boss-Character. Typischer Boss-Character. Ja. Au. Autsch. Magst du das mal nicht tun? Puh. Das ist halt cooler sein können. Arbidibirsch. Ein typischer Final-Boss. Get fucking slapped. Mein Alltag, die Axt, wie cool die aussieht. Die Soul-Edge Axt sah ja mal richtig cool aus. Oh Vivi, kein Ding, du. Chill. Es ist fucking... Wir haben zwölf Stunden Zeit heute. Das Einzige, was nur jetzt ist, du hast Lizard-Man verpasst. Und das, äh... Du hast den glorreichen Sieg des Lizard verpasst. Oh, Lizard-Man denkt sich auch nur... Oh. Oh, scheiße. Ja, ich nehm lieber das hier. Ja. Moment, das ist sein Ende. Das ist Lizard-Mans Ende. Ne, okay. Ich forgot's sagen. Oh Gott, noch mehr Lizard, people. Ich bin so Lizard-Man, das ist ja auch so. Oh mein Gott. Alter, es ist Lizard-King mit seiner Lizard-Army. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Oh. Oh, ich kann nicht mehr. I'm dying. Oh, wo sind die Sachen für Lizard-Man? Hier, Siegfried, Rock, Lizard-Man. I need all of that shit. Kann man nicht irgendwo sehen, wie die aussehen? Oh. 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 Äh. Ne, ich will einfach nur Äxte. Oh. 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 Oh boy. Oh. Oh boy. Wen wollt ihr mal sehen? Wir haben hier noch so ein Skillick. Wir haben Sonina, Cassandra. Wobei, Cassandra, wer warst du nochmal? Ach, das warst du. Taki. Falls ihr nochmal die Physik begut... Da habt ihr die Physik begutachten können. Oh, Gott. Don't, don't. Ne, don't fuck with Lizard-Man. Oh, mein Gott. Sehe ich da Hanzo? Wo? Wo ist Hanzo? Gib uns den Sensen, Mann. Oh, ne, Vol... Ne, Voldo, meine. Voldo ist so fucking weird. Ne, mit dem komme ich nicht mal klar. Ist das Problem. Tira genauso. Die ist... Sie hat auch die Physik, aber... Oh, Yoshimitsu. Ich hab damals auf... Setsuka. Die kam irgendwie kaum später noch vor, oder? Ich bin verwirrt. Oh, der Sensen, Mann. Ich glaub, da war das Ende voll fies. Da war das Ende, glaub ich, total böse. Oh, Edgelordig. Oder Rock. Wir können auch Rock nehmen. Mein, he's a beef, man. Zufall? Stimmt, wir können Zufall machen. Wehe, wir kriegen Lizard, man. Bitte ne, nochmal Lizard, man. Rock! Do you smell? Okay. Spielen wir Rock. Stimmt, Zufall. Das war eigentlich die Idee. Weil jeder schreibt grad was anderes im Chat. Da könnt ihr mich sowieso nicht entscheiden. Also Zufall ist, glaub ich, die beste Wahl. Da hab ich nicht mal ich ne, ne? See what you've got. Ja. Oh, let's go. Squeak. Shock that woman. Boom. Oh, der Kopfnuss. Ja, ich hab'n Rüssel, was dagegen? Das ist wie der Pirat Jack aus One Piece. It is all ogre now. What the fuck? Was ist denn mit dir? Gladiator. Willst du nochmal? Achso, ich muss drei davon bekämpfen. Deswegen verhalten die sich so... Alter, nee. Okay. Okay, then. Squeak. Es ist irgendwie unfair. Ich hab' nur ein Leben, aber die haben drei, oder? Warte mal. Hatte der denn nicht so 10.000... A, B, warte mal. A, B, was war er nochmal jetzt hier? A, B, das waren die beiden. Ich kann's doch nur mit der R2-Taste machen. Funktioniert auch. You cannot stop me, I am Jack, der Elefanten-Pirat. Fear me. This is your last chance to mend your ways. Du hast ein cooles Schwert. Resist Dragon. Dragon. Oh, warte mal. Oder so. You win. You can never defeat me. Nö, ich hab... Ich hab' einfach'n übergroßen Hammer. The fuck's your problem? Kalter Kaffee. Gut, dass der weg ist. Alter, er läuft auch rum, ne? Elefantmensch verwirrt. Kalter Kaffee macht schön. Dann müsste ich ja nur noch kalten Kaffee trinken. Und ich glaub' nicht mal, das würde helfen. Öh, Elefantenrolle. You coward. You coward. Sagt der Typ mit der Elefantenmaske. Ach, ganz vergessen, das gibt's ja auch noch. Ich werd' grad zerstört von dem Kerl. Okay. Das passiert. Bäh. Bäh. Fuck. Ja, ist richtig. Kumpel. Okay, gut. I will not. Oh. Hätt' er das getroffen, ne? Ich bin zu langsam einfach. Das ist grad voll durch ihn durchgegangen. Sag mal, haben die jetzt hier den Schwierigkeitscard angehoben auf einmal, oder was? Der dockt sich hier unter all meinen Kram weg. God damn it. This is weak. This is minus ne. Oh, das sollte voll der Dropkick werden. Magst du jetzt mal damit aufhören? Oh, damn Slidekicks. Ich geh nicht runter. Äh, mit Lizardman lief das schöner. Scream! Ja, nicht mehr so witzig, ne? Pissbirne. I'm Dwayne the Rock. It's the same. Komm, mobben mit Nightmare. Nightmare is fucking broken. Young Song Bong. Das Rock immer an Leuten das fliegen sehen will, ne? Schon weird. Weird, dude. Oh, man. Ich will so einen mal treffen. Lizardman ist ja auch Lizardman. Good point! Das ist ja auch Lizardman, ne? Scream! Und da fucking grabt der mich. Input reading, cunt! Scream! Ach, ach, so machen wir das, okay. Ja, Lizardman ist Lizardman, ich merke schon. Lizardman lief definitiv schöner. Oh! Oh! Oh fuck! Oh boah! Oh nein. Shitballs! Shitballs! Es läuft auf einmal gar nicht so schön. Rock ist irgendwie... Es ist kein Lizardman, ne? Okay. Sweep! Und tschüss! Chuck that asshole! You are not strong enough. Joa, ich hab... Wurde ja grad nur erzählbar von dem zerstört, ne? Mein ist ja okay, ja. Krasserer losing streak als mit Lizardman. Aber okay, das war auch Lizardman. Und Lizardman is fucking Lizardman. Oh, da kommt da wieder so ein Angriff. Und ich muss den irgendwie blocken, glaube ich. Ja. Fucking Cervantes. Weißt du noch, wo du lebendig warst? Ich hab definitiv geblockt. Ja, nicht so. Au. Und dann so, okay. Ist... Saiyan Gangplank. Also irgendwie sieht er echt so aus. Blue Saiyan Gangplank und so. Magst du immer aufhändig jetzt wie eine Kante benehmen? Nein, nur mal so. Ja, okay. Perfect. Äh, mit Rock läuft überhaupt nicht. Aber wie gesagt, es ist kein Lizardman, ne? Mein Lizardman, weißt du, der macht sein Kram und wird dann König. Ah, shit. Slide Kick. Fuck. Du Bilbo. Lass das. Hör auf. Fuckin Gangplank, motherfucker. Cervantes. Ich will doch nur einmal jemanden damit treffen. Ist denn das zu viel verlangt? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, kleiner Wundu. Scream. Geht doch. Außer die anderen 30 Male, wo es eben gerade, wo du mich besiegt hast. Fuji. Squee. Ach, du Scheiße. Au. Sag mal. Was drehen die hier alle durch? Was habt ihr alle gegen Rock? Bin ich zu The Rock Johnson für euch, oder was? Es ist hier. Oh, Chuck. What? Ich hab mir... Okay, ich hab den Move, wo ich mich auf ihn schmeißen kann. Okay, warte. I want... Ich will mich auf ihn schmeißen. Wrestling Move. Ach, shit. Sag mal, chill doch mal. Will you fucking calm your fucking Samurai Tits? Alter. Ich hab echt... Rock ist kacke. Rock ist... Rock ist schmuck. Oh, shit. Sag mal. Du input-readende Schlampe. Ich setz mich auf dich. How about that? Das ist doch nicht mehr normal, Kerl. Dein Ernst? Auch noch taunten? Okay, gut. Du hast es nicht anders gewollt. Fucking tryhard Mitsurugi. Ich hätte gerne mal bitte jemanden, der genauso langsam ist wie ich. Oh, eat shit. Paff. Muss ruh. Mongo. Alter. So eine Arschgeige. Paff. 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 Ihr Outfit sieht so fucking awesome aus, by the way. And damn juggles. Allerdings ist die Frau auch absolut nervtötend. Hat die mich aus dem Ring gerollt? Okay. Das ist... Ich setze mich auf dich. Ich finde es einfach geil, wie seine Angriffe super langsam sind und irgendwie null Schaden machen. Ich meine, die werden von einem fucking Hammer getroffen. What's the fucking... Ja, so habe ich dich in Erinnerung, Frau. So habe ich das Spiel in Erinnerung. Die Frau zumindest hier. Ja, richtig, hebt dein Schirm wieder auf. Das ist richtig so. Das sieht aus wie ein Air Grab irgendwie, aber... Ich meine, die Frau wurde gerade von einem Megahammer getroffen und irgendwie... It does jack shit. Fuck. Ach, komm. Nee, komm an. Boom. geht doch ja okay gut gehen da ist nichts anderes dass das nur gehen ok gehen wir halt ich will dich nur damit treffen das ist der geilste launcher überhaupt aber natürlich kannst du dich auf die absolute hau benehmen ja das meine ich das sieht aus wie ein grab For fuck's sake, das sieht aus, als würde er sich auf sie schmeißen. Nix geht über Lizardman. Lizardman war... Das war Lizardman. Weiter. Oh, fuck. Oh, come on. Wieso benötigt sich hier auf einmal mit Rock jeder wie eine absolute Hoe? Ihr werdet von einem riesigen Stachelhammer getroffen. Nur mal so nebenbei. Swim. Swim. Oh, come on. Gib mir wenigstens... Geht doch. Ich wollte gerade sagen, gib mir Chip-Damage oder sowas. Hier. Rittet. Alten. Okay, was ist hier kaputt? Rittet. Hab ich das Spiel geglitscht? Oh, scheiße. Ja, das ist nicht gut. I will lose everything. Einen besonderen Käfen von vorgebenen Zeit. Ja, I will fucking lose. Ja, weil der sich natürlich... Der hat die übelste Über-KI. Und ist gerade durch meinen Angriff durch. Und duckt sich unter allem weg. Da geht mein ganzes Geld. Nein! I got perfected? What? Achso, nee, gut. Meistens verliert man da einfach nur sein ganzes Geld. N. Sag mal, hab ich jetzt... Ja... Ist das Rock-Story, dass auf einmal hier die Buchstaben verschwinden? Das sieht ungesund aus. Okay. Das ist der. Okay. Na, Astorock, den hatte ich damals auch irgendwie mal gespielt. Das ist irgendwie die coolere Version von Rock. Ich bin so dumm. Oh, ich hab's gesehen. Ja, richtig. Alter. Der Mega-Beef. Okay, bleib bald liegen. Aho. Lass dich doch mal. Lass dich doch mal umarmen, Kumpel. Das war so cool. Und trotzdem hab ich's vergeigt. Wunderbar. That's me. That's me, alright. Okay, denn. Zieh mir halt mit einem fucking normal 10.000 Angriff hier hat er gehabt. Während ich mit meinem Hammer dir gefühlt gar nichts mache. Da warst du gerade genau drin. Aber offenbar zieht die Hitbox da nicht. Ja, okay. Ist okay. Ist okay. That's like nothing. Und ich bin tot. Achso. Oh, come on. Give me. Du. Jeder hier. Jeder hat was gegen fucking Rock. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Genau. Fuck. Hast du mir gerade den derbsten Nippel-Twister meines Lebens verpasst? Das wäre... Rock macht echt keinen Spaß. Haben wir es jetzt? Ja, irgendwie fucking Rock macht null Damage. Dafür, dass er so unglaublich langsam ist. Ich weiß, ich benutze wahrscheinlich total die falschen Moves. Aber Jesus Christ, geht mir der Kerl auf den Keks. Solche unglaublich langsamen Moves zusammen mit so wenig Damage. Das war mal ein bisschen was. Aber davon werden die meisten ja gar nicht getroffen. Ja, komm. Don't move. Don't move. Geht doch. Dankeschön. Meine Güte. Kick, kick, kick. Das ist Zeit und Kick. Das ist, äh... Ich weiß nicht mal, was das bewirkt eigentlich. Hedral. Also ich bin ja... Entweder wird Rock mit jeder Niederlage dümmer. Und er lässt einfach die ersten Buchstaben weg. Sodass nur sowas übrig bleibt. By the way, ich finde die Outfits von den beiden super cool. Siegfried sieht dann mehr aus wie Cloud irgendwie. Und Nightmare sieht da irgendwie... Ich weiß auch nicht. Schon fast menschlich aus. Warte, was ist das für ein Nimrod? Ah, yeah. Okay. Ach, du schon wieder. Oh, nein. Oh, nein. I'm scared. Okay, Piledrive me, why don't you? Okay, 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 ist gut. Chill. Nein, nein, nein. Ja, ich weiß auch nicht. Die wollen alle dieses blöde Schwert haben. Versus Siegfried fight. Oh, the power of spam. Dodge, nein. Nein. Dude, what? Ich merke schon. Also Spam, ich versuche gerade Button-Mashing einfach mal. Vielleicht ist es ja mal was anderes. Ich habe es bis jetzt versucht auf die normale Art und Weise. Vielleicht bringt Maschen mehr. I don't know. Ich meine, die benehmen sich alle gerade wie absolute Twats. Na! Oh geil, ich habe 4 neuen Shit im Gegenstands-Shop. Das ist ja wunderbar. Ach, come on. Ich schmeiße mich auf dich. Wie wäre es damit? Oder ich setze mich auf dich. Tod durch Arsch. Können alle nicht schwimmen. Ich meine, guck diesen Beefman doch mal an. Glaubst du, der kann schwimmen? Doesn't look like it. I'm impressed that you made it this far. Not bad at all. Top Abbey door. My dream is about to be realized. You, however, are not worthy of witnessing this glorious moment. Leave this place at once. Ich finde es mal geil, wie alle nur da stehen und zusehen. So nach dem Motto, ja, this is okay. I think this is okay. Oh, jetzt gegen den Real Ficker. Sag mal, wollt ihr da noch eine Runde? How about it? Nochmal random. Geblockt. Fuck. Na, komm. Oh, nein. Nein. Oh, ich hätte ihn fast für das Try gehabt. Oh, das wäre so cool gewesen. Hat der mir auf den... Nee, nee, nee. Deinen Feuerball machst du nicht. Ich weiß genau, dass du den hast. Hey, Mr. Kaiju, man. Oh. Das wäre so cool gewesen. Spyro meint auch, einer geht noch. Ja, komm. Einer geht dann noch. Eine noch und dann machen wir was Neues. Okay, lock on to me, why don't you? Get perfected, why don't I? Ich glaube, ich schon das zehnte Mal irgendwie mit Rock. Rock is a cock. Rock is just a cock. Noch ein Pfeffer kriegst du nicht die Pistole. Keine Ahnung, ich gucke gleich mal dran. Erstmal müssen wir den hier schaffen und dann irgendwie... Doge Kree. Hat der das ge... Impact blockt? Mein fucking auf ihn draufsetzen? Ich setz mich auf dich. Hoho, ja, Mann. Sehr schön. Sehr schön. That was nice. I need one of that OZAP right now. That good one von Kaufland. That frisch-pressed one. Oh, sogar beide. Beide Bionicle Games. Ah, die mache ich heute irgendwann gegen Nachmittag. Wenn ein paar Leute da sind. So heißt dein Gott. Bangu. Oder dein Bruder, whatever. Rock in. Rock in to Bangu. Uh. Uh. Und der schwimmt. Ey. What cunts? Fuck, nein! Lizardman! Warum die mit Lizardman gemacht? The legend will never die. The legend is what? Aber weißt du, dafür, dass Ring Out, also Wasser berühren, eine Liederlage für dich ist, ne? Ist da ganz schön mächtig geschwommen. Oha! Uh. Oh, das Ding. Das sieht cool aus. I like that. Das war sehr merkwürdig. Okay. Ihr wollt einen noch? Dann machen wir einen noch. One more try. Und wieder random, würde ich sagen. Let's see what we get. Wenn's wieder Rock ist, geh ich raus. Ah, komm. Oh! 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 This is gonna take a while. Hey, Maxi Gamer. Oh, this is gonna take a while. Welp. It's Voldo. We have to live with that. Two souls are fiercely entangled. Oh, okay. Oh, God. I need to see how it's been fucking Pseudo-Zongod. Versus Feet. Fight. Oh. Wee. Va-va-va-va-va-va? Okay. This is gonna be weird. This is gonna be a weird adventure, kids. VVS is Voldo. This... ...Ravener. It's Voldo. Don't... Don't you wonder. Immerhin, weil jemand wieder ein bisschen schneller ist. Das ist zwar fucking merkwürdig, aber... It's Voldo. Wenn du Voldo spielst und mashst, you win. Eventually. You win eventually. Oh, das ist erstmal, dass wir Tikka sehen. Äh, Quatsch. Tikka. Taki? Tuki? Tira? Tira. Ach, schade. Es ist nicht hier super Nuttenaufgaben. He looks very weird. Just like me. You are weird. You are weird. Oh. Alter, bei ihm ist alles ein Beyblade Er hat auf der Rückseite seines Gesichts Seines Kopfes Why? Why? Ja, Tika, Tari, Tuki, Tongtong, Kämpfe mit dem Hula-Hoop-Reifen, wo Kling dran sind So, für unser Turnier im Overwatch noch Caster? What? Contact me please, sounds like fun Darfst du nicht vergessen, ich bin selber nicht so der absolute Oberexperte Selber nur Platin, weiß ein bisschen was Kennfähigkeiten Das kommt grad ein bisschen aus dem Nichts, you know Ich wei mich mal lieber, das ist Immerhin liebend, gerne So vom jetzt Vom, vom Ding her So Caster klingt immer, klingt irgendwie immer nice Sonnflur aufs Theroiden Du wurdest mir auf Facebook vorgeschlagen Warum immer Facebook? Das ist, das ist ja mal cool Weißt du, Facebook, die Seite, wo ich am wenigsten mache Aber da werde ich irgendwie immer vorgeschlagen Das ist immer interessant Und hui Ja, also gerne, da können wir gerne Kontakt treten machen Blarv Ich bin gespannt, wie das jetzt hier wird Alter Okay Okay, that happened Volto ist offenbar easy modo Jetzt sollen wir nur mal erinnern, wie wir eben gerade Probleme mit Rock hatten Also in jeder Runde zehnmal gestorben sind And with this guy, I just mash myself to victory Er bricht mir das Rückgrat, das geht natürlich auch Obito Gaming TV, danke dir dann auch fürs Followen Das mal ganz zu schweigen Ich denke mal, du kannst die Karten und die Abilities und hast eine Ahnung von Teamkomposition Und das ist also, was ein Caster braucht Ähm, wo am besten NANI Ähm, ja wenn du meintest, auf Facebook dann schaue ich auch nachher auf, äh Also, beziehungsweise morgen, weil das ist heute in zwölf Stunden Stream Und ich denke nicht, dass wenn ich hier fertig bin mit dem Stream, dass ich dann noch groß irgendwelche Nachrichten checken werde Also von Ouch It's the lizard Ähm, von daher, schreib mal auf Facebook und dann werde ich dann morgen im Laufe des Tages antworten Alles, was er macht, ist wie ein Fidget Spinner Voldo war der erste Fidget Spinner, bevor es überhaupt Fidget Spinner gab It's weird Nee, aber ganz ehrlich, so Caster sein, das hat mich schon immer mal interessiert Aber man kriegt, man hat halt nie die Gelegenheit für sowas, leider Okay, just stand there, take my Bora Okay, dann I'm a Fidget Spinner, guess what Dass der auch seinen Run Cycle Oh my god Wie er aussieht, wenn der rennt Das sieht ja so lächerlich aus Ich habe zwei weitere Cups, CSGO und R6 R6, okay CSGO kenne ich, könnte ich aber nicht, äh Da hätte ich keine Ahnung von, also da bin ich ganz ehrlich Von CSGO habe ich null Ahnung Und R6, weiß ich jetzt gerade nicht, was das ist R6? Rainbow Six? Das kann, ach echt, das Rainbow Six, das kann Cups haben? Jetzt kannst du mal sehen, da habe ich noch weniger Ahnung von Das war stylisch und merkwürdig zugleich Kannst du mal aufhören, dir selber das Genick durchzuschneiden Das ist ekelhaft Von Overwatch habe ich Ahnung Zumindest ein bisschen Ich bin jetzt auch nicht mega competitive Und ich weiß, äh Oh god, er läuft auch, als wäre er besoffen Ähm Aber Ja I will grab the titties Okay Das ist passiert Silence Yoshimitsu, ey O Chor A Unesenskaden, ein evac imposter Nein É Ich finde es geil, wie Vivi hier total durchgewirrdet ist von den ganzen Charakteren. Sorry, aber Nightbot ist manchmal ein bisschen sehr triggered. Sorry. Schau mal, kann ich das irgendwie... Ah, da. Achso. Ach, weil du einen Link gepostet hast. Ach, deswegen. Ähm, weil du unsere Page nochmal reinschauen möchtest. Äh, DM mir das Ganze mal, dann vergesse ich das nicht. Weil jetzt gerade kann ich hier leider nichts abspeichern. Ja, und wenn du mir dann nochmal so, schon mal so ein paar Infos auf Facebook schickst, dann können wir da gerne mal gucken. Dann werde ich da morgen drauf reagieren können. Tekken 7 ist kein Playstation 2 Spiel. Und ohne Shit, Tekken 5, äh... Seitdem ich das eine Mal mit Kezu hier... Wir haben eine ziemlich lange Zeit lang alle Arcade-Mode-Runs gemacht. Und irgendwann hatten wir einfach den Sack dicht. Weil, äh, weil Jimpachi einfach nur fucking busted ist. Ich weiß, mit, äh, mit Steve hatten wir mega Probleme. Au, au. Okay, ich denke, ich werde Voldemain, so wie das hier aussieht. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich tue, aber... Manchmal habe ich das Gefühl, viele haben das nicht, wenn sie Soulcalibur spielen. Au, au. Oh, Trapped ist eigentlich... Trapped ist eigentlich ein richtig funky Spiel, muss ich mal so ganz nebenbei sagen. Aber das habe ich damals schon mal gezockt auf, äh, auf Dings. Von daher möchte ich, glaube ich, nachher ein bisschen mehr Sachen machen, wo ich... Do the flip! Dieser Run-Cycle. Dieser Run-Cycle von Voldo. Der macht mich so fertig, ne? Generell, alles, was dieser Weirdo macht, macht mich fertig. Nö, nö, nö. Das ist fucking... Äh, ja, ganz entspannt, wir starten den KVS im März. Äh, mit Elo-Team und ein High-Elo-Team. Alle mit 4000 NRS. Also, way out of my league. Ja, ich bin letztens erst Platin geworden, also... Und seitdem habe ich irgendwie aktuell keine Lust, weiter zu ranken. Hab mich mit Moira irgendwie hochgesolo-rankt. Hatte dann gegen Ende Glück, glaube ich. Und, äh... Ja, und ich glaube, da kann man sich drüber streiten, ob ich Ahnung von Overwatch habe oder nicht. Oh ja, äh, Eddie ist auch... Eddie ist auch totally busted. Der ist auch... Vor allem... Das mit Voldo, dass das jetzt so gut läuft, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, wir würden jetzt hier länger sitzen als mit Rock. Aber gut. Wenn ihr mein Geheimnis wissen wollt, wie ich Voldo spiele, Ich mashe every button on my fucking gamepad right now. And I fucking win. Just first tried the final boss. It's nothing important. Du, wenn ein Mensch, er sei, die Sponsoren und Designern rumstresst. Och du, es muss auch solche geben. Von daher, also, ich wäre froh, wenn ich mal, wenn ich sowas casten könnte. Das ist eigentlich schon... So, Carsten... Und nicht, damit meine ich nicht den Carsten Köthe. Ich meine, äh... Okay, das will ich jetzt mal kurz sehen. Sekunde. I want to see this. You fucking weirdo. Oh, come on, ich hab doch... Ich hab Kick gemashed. Oh, ich hab dich mal kurz. reden, ja. Ich möchte am liebsten meine Lippen nicht bewegen, ja, Waldo. Ich mag deinen Namen, Waldo. Da muss ich meine Lippen wenig bewegen, Waldo. Bring me short. Oh ja, aber da hab ich mal, da hab ich gespannt drauf, wie das wird. Das Schlimme ist, ich hab ja, kann ich ja mal ganz kurz erzählen, ich hab vor etwas längerer Zeit, das war letztes Jahr irgendwann, hab ich, äh, eine Nachricht auf, äh, eine PM-Office, äh, auf, äh, YouTube bekommen, und die haben mich gefragt, ob ich, äh, Voice Actor, einen Voice Actor-Job machen möchte. Und das war dann, das war leider noch in der Zeit, wo ich noch arbeiten war. Und, äh, da hab ich dann gesagt, ja, klar, gerne, klingt ja, klingt ja interessant, weil der mir, äh, erklärt, wen ich sprechen würde, ich hätte einen verrückten Wissenschaftler sprechen müssen. Und, ähm, ja, ich, ich wollte eigentlich auch annehmen, nur es hat dann niemand mehr geantwortet. Von daher, ich hab dann gesagt so, ja, klar, gerne, klingt ja, klingt voll interessant. Äh, äh, what do I have to, äh, was muss ich machen, wo muss ich mich melden, wo darf ich unterschreiben? Allerdings hab ich nie wieder eine Nachricht von denen bekommen, wo ich mir gedacht hab, Okay, wait a second, I need this shit. Ich brauch die fucking Bora für den Ken. Wieso hat der fucking Bora? Why? This is... Why? Okay. Wikinger-Rüstung? Stimmt, man konnte sich auch hier seine eigenen Charaktere erstellen, was irgendwie total cool war. Und auch 10.000 Equipment sollen hast du nicht gesehen. Magier-Robe? Oh mein Gott, wir könnten uns einen Magic-Opi machen. Werde ich nur nicht machen. Also, ich wollte hier nur mal... Wollte nur mal hier, ne? Wir müssen umgucken. Nochmal. Oh, welcome. Oh. Äh... Achso. Mal gucken, was passiert, wenn man jetzt nicht genug Geld hat. Beziehungsweise, wenn man sie ein bisschen nervt. Versuch. Die wird da ein bisschen pisst. Ich glaub, alle haben so eine Einstellung. Ist das genauso piviert wie ein Fall? Ne, ist es nicht. Es ist an sich sogar ziemlich chillig eigentlich. Warte mal. Sie ist noch gechillt dabei. Sie ist noch ein bisschen gechillt. Ich glaub, die andere, die kann nicht böse werden. Oh, sie wird einfach nur sassy dann. Sie wird einfach nur sassy. Soll man speichern, wenn man nochmal... Äh, ja. Soll ja nix verloren gehen hier. So, dann... Wollen wir mal gucken. Wovon wir jetzt mal rüber gehen? Was wollen wir... Weird sounds, okay. That's something.